Soll ich euch hier mal Häuschen bauen? So... Achso, ihr habt ja schon angefangen, das Häuschen. Ah... Na ja, dann haben wir gleich noch Reserve dann. Ach, das ist die... Das ist hier die andere Schlagerrennbahn vom Kupfer. Aus Richtung Kupfer. Ja, hier Stein. Das Ding muss vorrangig. Das muss hauptsächlich... Die stehen alle rum mit Stein und transportieren in der Zeit auch keine Kohle. Drei bisschen in. Ja, das ist so. Da weiß ich nicht, was es kalt. Die 필요e Bereiche sind. Ah, ich vermute. Das ist alles mit einem Schlagerrennbahn. Das ist alles zu first. Aber das ist das Einradmahl. Das ist gut, dass ich hier weiterführe. So. Ha? So, nicht unterfordern, wenn der jetzt am... Da. Wenn der da zu seinem Verrott, zu seinem Bergpatron da will, zu dem da. So. Was kriegst du? Ein paar Autos. Äh, nein, 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 ja, 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 ja. So. Ach, jetzt stehen die hier voll rum. Ja. Wird auch wie Bagger. Ey. Ich habe mich verklickt. Bloß nicht nervös werden, so. Ein bisschen verschrottet. Wenn du meinst, du kannst nicht, dann musst du in Schrott. Wenn du den Weg gefahren wärst, den deine LKWs zum Entladen gefahren wären, dann hättest du doch meiner Meinung nach da hin gekonnt. Oder nicht. Kleiner Boller. Was? Wieso willst du denn jetzt auf einmal da hin? Ist es abtrünnig geworden, oder was? Dann bleibt doch mal schön. Bleib doch mal schön da, und hier kriegst du noch ein paar Autos. So, mal sehen. Hier ist auch verschrottet. So, wenn du sagst, da nicht. Ach, jetzt ist ja da auch. Problem erkannt. So. Holtest mal ab. Jetzt wollen wir eine Rampel bauen. Mit unserem Bagger untereinander. Oh, Schlacke. Auf. Oh, Schlacke. Ab. Check it out. beker? Mel Bagger untereinander. Fuck. Sage. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss hier ein Stück wegnehmen. Nur so viel, dass ich... Ich muss hier ein Stück wegnehmen. 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 So, dann baue ich Halt. Ich muss hier auch eine Rampe, eine Rampe drüber. Ich muss hier ein Stück wegnehmen. 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 So, einmal. Ich muss hier ein Stück wegnehmen. 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 Kaatsch! Die Kinder fahren sehr schön. 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 Die Kinder fahren sehr schnell. Die Kinder fahren sehr schön. Daher fahren gehen. Die Kinder fahren sehr schön. Okay. Obdachloser, das ist ein Scheiß. Weil er sowieso schon abgesenkt ist. Das ist ein Scheiß. Da muss ich mal ein Feld Platz lassen, wie es aussieht zwischendurch. Dann muss ich den ja auch noch wegnehmen. 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 Dann muss ich den ja auch noch wegnehmen.